Ja, liebe Freunde, demnächst ist schöner als im Friedrichstadtpalast zu gehen. Aber es ist auch richtig wahr. Also wir haben sehr spezielle Gäste drüben. Ne, wirklich. Also Leute, die man kennt. Und naja, die feiern jetzt. Wir haben gesagt, wir wollen zu euch, weil ihr habt auch bezahlt. Wir müssen nicht klatschen, eigentlich ist schrecklich. Und ich habe noch vier Jahre einen Vertrag. Und die letzte Party ist dann hier. Ich habe euch zwei Gäste mitgebracht. Auf keinen Fall zwei Frauen, sondern zwei Männer. Und der eine heißt Isengon und der andere heißt Schoengon. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.